Und ab Worte ist Josef Schellhorn von den Neos. Herr Finanzminister, Staatssekretär, Ministerin auf der Bank, seit 2018 kümmern wir uns um die ÖBAG, seit 2018 kümmern wir uns darum, wie sich ein Mann aus dem Finanzministerium dem Posten zugeschrieben hat. Und ich möchte mit ein paar Zitate beginnen. Es geht, und das Zitat, das erste Zitat, es geht nicht um mich, es geht um uns. Es geht um die Republik Österreich. Und das Zweite ist, ich gebe euch ein Versprechen, eine Veränderung, die wir vor zwei Jahren begonnen haben, die wir mit dem heutigen Tag enden, nicht mit dem heutigen Tag enden. Sie können uns anpatzen, Sie können uns abwählen, aber Sie können mit Sicherheit nicht die Veränderung abwählen, die wir von der neuen Volkspartei ausgehen. Das ist nicht der Bundespräsident. Das ist der größte Gambler und Taktierer auf europäischem Boden, auf österreichischem Boden, und das ist der Bundeskanzler Kurz. Das ist der Punkt. Und ich glaube, diese Verantwortung darf man heute nicht vergessen, nämlich, ich möchte ja wissen, was die ganze ÖVP dazu sagt, wenn man Ihnen heute das Plakat vorhält, einer, der auf unsere Werte schaut. Was sind Ihre Werte? Das, was hier geliefert wurde, und ich bin mir sicher, der Großteil darin, Herr Finanzminister, hat schon auch solche SMS geschickt, irgendwen seiner Freunde irgendwo hin. Auch schlüpfrige SMS. Aber nicht, wenn es darum geht, wenn es um Staatseigentum geht, dass man sich gewisse Dinge zuschanzt. Das ist eine andere Dimension. Und dieser moralische Konkursantrag, den Sie geliefert haben, dieser moralische Konkursantrag, den die ÖVP hier liefert, und schön redet, ist ein Wahnsinn, ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler, für jede Steuerzahlerin. Hier geht es um das Familiensilber und um nichts anderes. Es ist ein moralischer Konkursantrag, wenn ich davon ausgehe, dass ich die Kirche unter Druck setze. Es ist ein moralischer Konkursantrag der ÖVP, wenn ich davon ausgehe, dass ich den Kleinanlegervertreter Rasinger anpatze. Es ist ein moralischer Konkursantrag, wenn ich mich abfällig über die Frauenquote unterhalte. Das ist ein moralischer Konkursantrag, und es ist nicht mehr auszuhalten. Und wir können gerne über die Moral weiterreden. Das hier ist eine andere Dimension. Und ich gebe auch zu, dass mich das sehr, sehr überrascht hat. Und ich möchte wissen, was die ÖVP sagt, wie ihre Werte jetzt sind. Und ich möchte nicht, ich frage mich, und ich habe mich gefragt, wie ich das von der Kirche gelesen habe, wie viele Unternehmer wird es eigentlich geben, die sich jetzt ein bisschen Angst haben, weil wir uns aufbudeln, und dann schickt dann auch irgendein Finanzministerium einmal die Kontrolle hinein, damit er auf ewig die Goschen hält. Das kann es nicht sein. Und darum, was wir noch nicht und was in meinen Vorreden überhaupt noch nicht besprochen wurde, was ist eigentlich mit dem Aufsichtsrat? Welche Verantwortung hat hier der Aufsichtsrat? Und der Dr. Stocker hat gesagt, der Aufsichtsrat, ich darf vorlesen, Paragraf 75, Paragraf 75, Bestellung und Abberufung des Vorstands. Hier ist es klar und deutlich. Und dann schauen wir uns noch an, was das Stellenbeschreibungsgesetz noch Paragraf 6 betrifft. Sie haben alle Möglichkeiten, dass Sie den Herrn Schmidt heute vor morgen ablösen. Und das sollten Sie gefälligst tun, weil das Gesetz hier es so sagt. Und jedes Halten dieses Mannes macht diesen Staatsmann erpressbar. Das wissen wir. Und dieses Versagen und diese Erpressbarkeit, mit der muss sie sich aufhören. Mit diesen Werten der ÖVP muss sie sich aufhören. Nämlich alles zuzuschanzen, wie seit 30 Jahren immer geübt. Nur jetzt hat man es ungeniert gemacht. Oder jetzt hat man es so gemacht, weil keiner geglaubt hat, dass es eine technische Lösung gibt, dass man die SMS wieder hervorholt. Das ist der Punkt. Und nichts anderes. Das hier ist ein moralischer Konkursantrag der ÖVP und ein Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler, für jede Steuerzahlerin. Sagt Josef Schellhorn von den Neos. Das Gesetz wird eine Ablösung. Schmied sei es über Vorstanden möglich, machen besser heute als morgen. Fordert er Vielen Dank.